hallo und herzlich willkommen auf meinem neuen kanal greattrips crazy clips ich wollte mich mal vorstellen hallo mein name ist dirk ja und ich habe mir zur aufgabe gemacht einen kanal zu gründen meinen ersten wie der name schon sagt greattrips auf jeden fall soll es nicht so ein kanal sein der sich nur auf eine sache fixiert ja ich möchte ein bisschen mehr zeigen ich möchte einfach ein bisschen mehr von mir und meiner umgebung zeigen daran teilhaben lassen würde mich freuen wenn ihr dabei seid ich möchte zeigen dass wie es in der realität aussieht crazy clips soll heißen dass auch ein paar lustige sachen dabei sind vielleicht ein bisschen doof ist vielleicht gefällt es euch ich würde es mir wünschen abonniert mich auf jeden fall abonniert mich sollten euch meine videos gefallen einen daumen hoch